Hey Freunde, willkommen zurück zu Destiny 2, zusammen mit der Schwester Jenjen, die schon wieder tanzt. Ja. Und Syras Andi. Hallo. So, und wir starten unsere Aktivität. E, E, ich drücke E. Aktivität nicht verfügbar, hä? Vor der Level 28, wieso muss ich denn jetzt leveln? Oh, Mann, ey. Dann lass uns doch hier so eine Nebenmission gerade machen. Ja, ein Lost Sector oder ein Event. Lost Sector ist hier hinten, folg mir. Oh, schön rot hier. Da kann man Jenys Avatar so schön auf die Wiese angucken. Ja, der ist ja auch ganz schön sweet. Oh? Oh nein. Meine Moonmeer. Was ist denn passiert? Doch, hab ich noch, war grad. Musst du nachladen. Ich auch. Ich finde diese neuen, äh, Dinger, die nach dem, äh, Kill mit der Graviton-Lanze rumspringen und Gegner suchen, cool. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich praktisch. Oh, ich will auch Graviton-Lanze. Hast du doch. Ja, aber nicht dabei. Äh, hier ist noch einer. Aber du bist immer zu zweit. Einfach immer. Bei den Zür gibt's die Woche ein, äh, Sturmgewehr. Ja. Ein gutes? Ähm, ja. Relativ. Also, wenn du ein kinetisches, äh, Automatikgewehr brauchst, ist das gut. Genau. Heilung bei mir. Und tot. Ich hab direkt mit der Gingang gekriegt. Dei. Ey, der Monitor ist so dunkel, dieses Kack-Ding. Mhm. Hast du den, den ich dir verlinkt hatte, schon angeguckt? Ja, der ist kacke. Ja, aber den liegen hier. Okay. Ja, wir sind mehr so Samsung-Fans, weißt du? Na. Na gut. Aber das ist ja einfach nur Geschmackssache dann. Wir können hier runter. Mhm. War da lang. Und jetzt kann ich das Ding nicht looten? Doch, gib her. Klar, kannst du fahren. Habt ihr beide euer Level ab? Weiß ich auch nicht. Nein, ich glaub nicht. Nee, ich muss noch. Ich glaub, wir sind Level 28 auf jeden Fall. Wo kommt man jetzt hier raus? Wo kommt man jetzt hier raus? Hier unten, in meine Richtung. Runterspringen und dann in meine Richtung rennen. Wo bist du denn? Ja. Dort. Ach, dort. Mhm. Oh, hier kann man was kennen. Hast du jetzt auch die Forhout-Fahrt-Fahrt-Pack drin? Forhout-Quest? Das Forhout-Fahrt-Pack drinne? Ja, dieses, das Forhout ist halt das blau-orange, ne? Boah. Ja. Der hat fast in den Abgrund gestürzt. Ich sehe hier echt nichts. Das ist nicht schlimm, Schwester. Boah, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hol dir doch einen hier, die ich habe. Meine alten, ne? Die gibt's für, keine Ahnung. Die sind nur um kurz zu 50 Euro. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hätte ja eigentlich lieber mehr von dem Bumblebee Farf-Pack, aber... Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Kann einer zurückkommen und mir sagen, wo ich lang muss? Weil ich sehe halt nichts. Weiß ich Häuser. Warum siehst du denn nichts? Ja, weil der Monitor so scheiße ist. Dennis, guck nur, ob du eine Nebenquest irgendwo findest. 2000 Jahre später. Also was, was ist, was ist denn jetzt eigentlich los hier? So, wir müssen hier lang, auf jeden Fall. So. Nimm mal dem Käpt'n nach. Ja. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich glaube, hinter dem Psy-Zypressen-Gras, ja. Ein Zypressen-Gras. Ach, Dennis, du wolltest doch mal ein Gräter sehen. Ja genau, zeig mal. Oh cool. Es ist ein geplanter Angriff auf die Bray-Einrichtung. Macht euch sofort dorthin auf. Vielleicht können wir sie in Flagranti erwähnen. Flagranti. Ich glaube, ich mache mal den coolsten Trick, den es gibt. Seht her und weinet. Ich will hier rauf. Und los geht's. Rechtsraum. Ja, ja. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, dieser Schneidergang ist super, ne? Geht aber auch nur mit dem Insta-Gleiter. Mit dem Insta-Sparrow. Einer so schnell, ich kann die gar nicht. Ich komme nicht durch. Oh, nicht. Hört den Boost rausnehmen zwischendrin. Nein. Der dreht sich einfach immer. Ja. Ich habe gerade ein Rot-Legionär beim Fahren von der Klippe mit meinem Gleiter geköpft. Aua. Die Rot-Legion hat Energie aus der Einrichtung gestohlen. Was? Ich habe gleich ein Level abbekommen. Die Planeten nicht mit den Batterien verlassen. Vernichtet sie. Wer blockt mich da? Ich gehe nach oben. Hier vor uns kommen gleich immer zwei Raumschiffe im Wechsel auf der Fläche. Ja? Ja, okay. Was ist denn da hinten? Alter, diese Pistole ist so präzise, ne? Ist abartig. Das setzt dem ein Ende. Aber nichts hält die Rot-Legion davon ab, wiederzukommen. Wenn wir an Kabal-Kommunikationscodes kommen, kann ich ein Signal an die Rot-Legion schicken. Dann loggst du sie in einen Hinterhalt und stoppst ihre Operation. Ich mag, wie du denkst. Hm. Ich mag, wie du denkst. Wie bleiben wir denn jetzt? Ja, so zuerst. Erstmal unbedingt zum Reisen von Land zu holen. Warum? Weil die geil ist. Ah. Schöne da an ihm ist. Da vorne, glaube ich. Wo sollen wir jetzt überhaupt machen? Erstmal hier irgendwelche Dinger sammeln. Kommunikationscodes. So. Dann ist das hier der dritte. Und vier. Sehr schön. Bei dir ist eine Schlucht, die perfekt für den Hinterhalt ist. Ich habe eine ganz besondere Überraschung für Sie. Lagt da auch ein Lengang bei dir? Mhm. Was war das denn? Mein Sparrow hängt einfach immer auf halb acht, wenn ich da drauf steige. Ah, ich habe mich in der Nebenmission gehört, aber die ist auch lustig, was jetzt kommt. Da war gerade eine Kiste. Da nehmen wir nicht mit, ne? Was? Da war gerade eine Kiste. Da ist eigentlich nur ein Token drin. Ja. Gibt? Da, hier. Und ein Farb- und Farb- und Farb-Shaders. Bei mir nur ein Token. Und ein Token. Ich habe so einen Hunger. Oh nein, das ist doch eh was. Das ist mir egal, ob der Sprengstoff über hat. Ich habe leider hier Hunger. Warum hatte Devrim noch Sprengstoff über hat? Weil das hatte. So wie man, keine Ahnung, noch einen Löffel Nutella über hat. Ich glaube, wir sollen da hoch. Sauber. Ja, so. Letzter. Geil. Ja, und nun? Nein, das Zypressengras ist wieder runtergefallen. Das Zypressengras? Was ist denn Zypressengras? Eine Schmuckpflanze von Garten. Eine Schmuckpflanze? Und die wachsen irgendwo, oder wie? Ne, weiß ich nicht. Hier. Zyras. Achso. Da hat mich der Name immer daran, aber ich bin ja auch ein bisschen froh. Nein, bist du nicht. Genau, aber trotzdem süß. Ja. Ich sage immer semi-süß. Mach die doch nicht schon alle kaputt. Die brauchen wir gleich bestimmt noch. Oh nein. Ich habe gerade aus Versehen drauf geschossen. Ja. Aber ich halte, wie gesagt, dumm, aber süß. Scheiß Schildviecher, ne? Guck ihn dir an, der läuft da rum. Versteckt. Denkt der Fink ist doof. Denkt das geil. Deine Sphäre des Lichts erzeugt. Oh. Kommt er jetzt? Boah, ja, das sieht noch was dick aus. Ach, der kann nix. Ich sehe nicht mehr. Ist er tot? Ja. Sehr gut. Ah, da kommt schon noch einer. Warum eigentlich immer die lästigen Schilde? Ich finde, die gehen eigentlich, wenn du die gut triffst. Wenn du die in der Mitte triffst, zweimal vernünftig. Ja, ich weiß, aber... Lieber ein kleiner Kabale, die sind super. Also so ein normaler halt. Das war's? Das war's? Fertig? Boah, was für ein krasser Hinterhalt, ey. Ja, es... Puh. Boah, ey. Das war wirklich... Der war echt schuh. Ganz aufgelöst jetzt. Ja, ja. Hauptsache, ich habe jetzt mein Level. Sollte. Geht doch. Ein Eck... Ein Eck zu Ende. Nein! Ich habe neue Schuhe bekommen. Ich habe eine neue Brust bekommen. Die kann ich direkt... Gucken, ob die Schuhe denn auch besser sind. Oh, jo. Die sind alle besser. Direkt erstmal in Rüstung investieren. Ah. Soll ich noch neues? Was ist hier? Scout-Gewehr. Wollte ich nicht. Ich habe auch einen neuen Armschutz. Ich muss noch irgendwas kleines killen. Ich muss mich kurz fusionieren. Ja, mach mal. Mach mal. Ich porte dich dann gleich. Ah, da sind Gegner. Danny fusioniert sich selbst zu Bulma. Ja. Unmöglich. Fusion. Siehst du, wir sind mal quasi wieder da, wo gleich die Mission beginnt. Ja. Hast du mir gerade in den Rücken geschossen? Ja, du bist mir vollen Schuss gerannt, du Trottel. So. Ein bisschen noch. Dann habe ich mir ein Level ab. Ich stelle mich einfach hier oben auf den Stein und warte. Wäre super, wenn Andi mir mein EP lässt. Ach so, ich dachte, du kriegst die auf, wenn ich die umknallert. Nein. Dann muss ich mir das einfach mit drauf geballert haben. Ich bleibe einfach hier stehen. Ach so. Es gibt doch nicht so viel. So. Einer noch. Einer noch. Der ist eine Hexe. Alter, die sich verpisst. Ja, Level ab. So, da können wir. Geht's it. So, nicht so viel gequatscht in der Folge, weil das eigentlich nicht geplant war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns aber im nächsten Mal. Tschüss.